So Freunde der Spiekultur, Command & Conquer 1 haben wir ja durchgespielt in der Remastered, jetzt starten wir mit Red Alert. Heute Mittag können wir noch nicht durchdringen dazu, aber wollen wir mal für die Alliierten starten. Bei Red Alert ist es ja so, dass die Fraktionen theoretisch relativ balanciert waren. Hören Sie auf damit rumzuspielen. Ich muss sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler. Sofort! Hier, die sind schon überprüft. Ob es da wohl regnet? Achtung, bereit halten! Herr Hitler! Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Und, haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Also, nicht zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Ohne Hitler kein Gegengewicht zur Sowjetunion. Kommander? Die letzte Übertragung? Neun Uhr Zulu. Seitdem nichts mehr. Vielleicht konnte Einstein fliehen? Nein, General. Dann hätte er sich mittlerweile bei uns gemeldet. Das hier ist geheim. Weiß ich. Ich hab sie rufen lassen. Aber General, sie ist eine Zivilistin. Darum werde ich ja auch nicht erschossen. Kommander, das hier ist Tanja Adams. Von Beruf... Freiwillige. Sie mischt gern selbst in Cyborg-Schlachten mit. Irgendwo in diesem Forschungslabor halten die Sowjets Albert Einstein gefangen. Wir brauchen ihn hier. Sofort. Bringen Sie Tanja rein, damit sie Einstein rausholen kann. Sobald Sie ihn gefunden haben, bringen Sie ihn zurück zur Landezone, damit wir ihn ausfliegen können. Seien Sie vorsichtig. Der Stützpunkt ist schwer befestigt, aber nicht unernehmbar. Die Schwachstelle ist die Energie. Knipsen Sie den Strom aus und nichts wird Sie aufhalten. Viel Glück. Verstärkungen sind eingetroffen. Aber schon witzig, ey. Das ist Tanja. Sie ist Freischaffende. Aber so... Wiedersehen. Dankeschön. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Komplech, Bubi. Bestätigt. In Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Was ist? Komplech, Bubi. Bin schon da. Bin schon da. Ja, Sir. Bestätigt. Ja. Bin schon da. Bin schon da. Komplech, Bubi. Tanz mal. Bin schon da. Willst du ein Nachschlag, Lippchen? Ha, ha, ha. Bin schon da. Bin schon da. Bin schon da. Bin schon da. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Welde mich wie befohlen. Bestätigt. Welde mich wie befohlen. Ja, bin schon da. Komplech, Tanja. Da hast du dran zu kauen, wie? Komplech, Bubi. Tanz mal. Riechst aufregend. Riechst aufregend. Welde mich wie befohlen. Welde mich wie befohlen. Alliierte Verstärkungen sind eingetroffen. Komplech, Bubi. Tanz mal. Riechst aufregend. Ja, Sir. Komplech, Bubi. Tanz mal. Einsatz erfolgreich. Die schnellste Mission aller Zeiten. Damals hatte man auch nur den Mut, den, äh, hatte man noch den Mut, eine Mission zu machen, die nur 13, 1 Minute 30 geht. Das war's. Musik 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 Musik